Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Folge Grounded und wir machen uns jetzt halt auf den Weg zu unserer Basis, unserer vorübergehenden Basis, irgendwie hängt das hier wieder fest, oder? Hallo? Ach du Arme, lass dich in Ruhe. So, das war, glaube ich, oh Gott, in welchen Rechen müssen wir denn? Ich hab doch extra einen Marker gesetzt, wo ist unser Hause? Unser Hause ist hier. Und wo müssen wir hier durchlaufen? Ey, könnte klappen. Diese Minz-Dinge, die kann wir doch mit dem Zweierhammer, glaube ich, auch dann kaputt machen, oder? Irgendwweise die Schachtel erstmal. Und natürlich hab ich mir die Location der Zähne nicht gemerkt. Ich weiß, dass in diesen... ...Ameisenhügel ein Zahn war. Aber wir hatten irgendwo noch einen Zahn gesehen. Hier ist der Schneckenhauf, an dem ich vorhin vorbeigelaufen bin. Jetzt da unten so rot blinkt, macht mich ein bisschen nervös. Aber jetzt weiß ich, wo ich bin. Und das ist gar nicht so gefährlich, hierher zu laufen, ne? Bist du ein Marienkäfer? Nein, bist du nicht. Aber ich hör einen Marienkäfer irgendwo. Aber du kommst nicht hier hoch, ne? Da oben ist er. Ja doch, die Spinne kommt schon hier hoch. Spinne? Hi. Nicht einnetzen. Why? Ich brauch was zu trinken. Kann ich mal kurz trinken, während du mich eingenetzt hast? Oh, die wartet da unten. Kann ich das gar nicht kaputt schlagen? Doch, so. Ich muss nur auf dem richtigen Ding bleiben. Du? Hast du einen Kurz gemacht? Warum tust du das? Kommen die hier hoch? Bei der Kamera war es voll komisch. Ich habe mal kurz, wenn ich meine Maus kurz bewegt habe, hat sich das Männchen irgendwie um 360 Grad gedreht. Keine Ahnung. Eventuell hing ich für den noch irgendwie fest. Was hat er jetzt gerade so den Lärm gemacht? Ich habe nichts zu essen, ne? Das ist ein Problem. Und ich kann den spinnen? Doch, kann ich. Hältst du noch ein bisschen aus mit dem Essen? Das ist eklig. Ich dachte, die kommen da hoch, ey. Hat mich ein bisschen geschickt gerade. Ich habe gleich wieder Hunger und ich habe Durst so gehabt. Ausdauer. Wir gehen aber erst mal heim. Ich muss mich ausladen und ich muss überhaupt... Und trinken, essen alles. Apropos Essen. Wehe, du bist so ein Ding. Gott sei Dank. Wolltest du weglaufen gerade. Oh, ich habe ja keinen Platz für dich. Fällt mir gerade auf. Das ist ungünstig. Äh. Ah ja. Äbte, äh. Äbte, 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 äbte. Ja, okay, dann. Hau das hier raus. Was anders kann ich aber nicht raushauen. Ähm. Das Essen ist mir gerade wichtiger. Hm. Äh. Ich habe nichts, was ich wegschmeißen könnte. Äh. Liegst du dann später noch da? Das finde ich nicht mehr noch. Das finde ich, glaube ich, nicht mehr. Da kommt eine Ameise. Fünne? Ah, die hier sind Tropfen. I mean, this is probably what bottled water is. Dankeschön. Warte mal. Komm ich da hin? Yes. Wenn ich, äh, wenn mein Wasser ist, mein Kopf nicht so leer wäre und ich hier mal dran denken würde, hätte ich Quarzid mitnehmen können, könnten wir unseren Tausamler fertig machen. Da habe ich aber nicht mehr dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ist ein großer Tropfen und da gefallen. Hallo. So, ähm, was wollte ich? Ich wollte erst mal das Zeug da einräumen. Das kommt alles rüber. Das kommt rüber, das kommt rüber, das kommt rüber, das kommt rüber. Oder, das kannst du auch mal mit hier, obwohl, ja doch, das hatte ich da oben, ne? Ja. Mhm. Mhm. So, habe ich hier irgendwas? Ne, ne? Das kommt alles da oben hin. Ja, alles durcheinander. Dafür brauchte ich... Was brauchte ich dafür zum Reparieren? Okay. Alles klar. Ist er schon fertig? It's pretty good. Ich will jetzt kurz nochmal hin. Liegt es noch da? Ich will den unbedingt holen. War zwar nicht viel, aber... Wir brauchen das ja für die Smoothies. Für die Schmuzies. Hallo? Das ist ein Marienkäfer. Hallo? Und deine Freunde haben mich zweimal getötet. Oh, hier ist ja die Spinnenhülle. Ist auch noch einer. Aber hier war's, oder? Oh, danke. Irgendwo muss doch jetzt gleich wieder so ein komisches Ding da rauskommen, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Oh, danke. Er versteckt sich hinter dem Ding. Kommt er hier hoch? Nee. Deswegen geht er auch wieder. Hier ist auch einer. So. Hallo? Es sind zwei, die auf mich auf... Die Arme, was ich auch denke. Ja, wenn er mich nicht zieht. Also wenn ich nicht unten bin für ihn, dann... Der andere kommt aber gar nicht mehr. Er ist irgendwie weg. Oder man kann es immer in diese Perspektive hoch. Was ist denn der andere eigentlich? Kommt gar nicht mehr. Ich dachte, der kommt auch wieder vielleicht. Nee, der regeneriert sich immer wieder. Wenn man nicht hier dran bleibt. Hm. Aber hier gibt es halt auch Spinnen. Kommst du hier hoch mit deiner Spannklappe? Oh, Gott. So grauenvoll. Haben die eigentlich irgendwo eine Schwachstellung? Sticht oder so? Ach, Scheiße. Oh, Gott. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh bitte weg. Kommen die hier hoch? Vielleicht, wenn es hier intelligent ist. Weiß nicht, ob es intelligent ist. Ich meine, die können ich eventuell noch vloggen. Wo sind die Spinnen jetzt hin? Oh, ich muss kurz mal hier hoch. Aber wieder nur Brocken, ne? Wo sind die jetzt hin? Da hinten liegt noch was von... Da liegen noch Brocken. Von der anderen Spinne. Oh, die sind reingebackt in den Ding. Ich glaube, ich lasse die erstmal liegen. Oh, da sind die hier oben drauf. Ne, die sind mit dem... Oh, Gott, ich bin jetzt erschrocken. Mann, ich dachte, das wäre eine Spinne. Du Ameise, ey. Ich bin jetzt erschrocken. Ne, die sind hier drin. Hier hat der Ding verloren. Aber hier unten liegen noch so Brocken. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Da komme ich nicht hoch. Die haben vorhin wahrscheinlich nicht mehr reingepasst, weil ich fort war. Waren das nur drei? Also was heißt nur? Wo hüpft es? Hm, ich sehe sie schon. Hier ist ein Tropfen. Kommt ihr jetzt nochmal? Ich könnte die gerne nochmal machen. Also was? Hier ist der Pfeil, den ich vorher ausweist. Äh. In Panik. Was machst du denn doch hier? Abgegeben habe. Panikpfeil. Bin ich Spinne unterwegs? Pfeil. Ich will nur meine Pfeile holen. Alles gut. Alles gut. Ich will nur meine Pfeile holen. Ich will nur meine Pfeile holen. Wo ist nichts? Ich will nur meine Pfeile holen. Hi. Bin ich denn hier? Hier sind doch immer Spinnen. Hier sind doch immer Spinnen. Aber wir sollten einfach mal gucken. Ich dachte, ich mache den gerade noch mit, weil... Hier ist noch ein Marienkeller. 108 Pfeile. Das wird immer weniger. Merkt ihr jetzt bitte runtergefallen? Obwohl, wir müssen ja eh runter, wenn wir... Guck mal her. Was macht ihr immer für eine Welle? Was magst du denn für Wellen? Hä? Ja, du unten rein schubsst meine Pfeile. Die kriege ich nicht mehr. Oh Mann, du bist gemein. Schau auf. Ich muss auf die da aufpassen. Ich weiß noch nicht, welche... Welche Waffe... Aua! Welche Waffe... Äh, muss nicht erzählen. Welche Waffe gegen die wirklich... Effizient ist. Und jetzt? Wenn ich jetzt hier rüberpupfe, dann komm doch. Bleib bitte. Oh Gott. Du hast einen Boden, Bubbes. Bleib da. Bist schon voller Blut. Können ich... Hier eigentlich auch mal testen. Oh, mit dem geht der... Wenn du hinten bist bei dem... Da geht der wahnsinnig schnell down. Aber du musst halt... Oh. Ne, an den komm ich nicht. An den komm ich noch. Ich bin Angst vor diesem Brummviecher. An den da komm ich nicht mehr. Aber die stehen uns auch noch bevor. Hat der jetzt einen Kopf? Er hat jetzt den Kopf. Wir haben zwei Köpfe. Okay, also mit dem Knüppel geht das schon gut. Aber du musst von hinten hin wahrscheinlich, weil vorne... Aber, boah. Wenn du da immer von hinten rankommst, ist es schon... Warte mal. Nee. Flee, nix gut. Eigentlich schon, aber hier ist er ein bisschen zickig. So, Spinne. Ich glaube, wir machen die Wolfsspinne unter diesem Blätterhaufen, oder? Die da ist mir ein bisschen zu fluxig. Fluxig. Oh, hi. Ich glaube, ich mache die auch unter dem Blätterhaufen. Das war der Koi. So, jetzt gucke ich mal, was ich bauen kann. Aber ein bisschen Tier 2 müssen wir jetzt da schon bauen können, glaube ich. Hui. Ah. So, nimm mal die Keule weg. Ein Speer brauchst du auch noch. Hier drin war es, ne? Das tun wir hier rein. Das kannst du hier hinhängen. Kannst du gerne essen. Ist hier schon wieder was Neues? Ne. Okay. Pass auf. Erstmal das so. Wir können... Den haben wir immer noch nicht wegen Bärenleder. Um die Kochdrüse. Kochdrüse müssen wir auch bombardieren. Die Achse brauchen wir nur Seidenseil. Das lässt sich machen. Das lässt sich machen. Hat nur fünf Plätze. Okay, dann haben wir die. Einer von unten. Bla, bla, bla. Den haben wir ja. Die hätten wir dann auch. Und den haben wir. Da gehen drei Teile weg. Aber dann passt es genau. Wir brauchen Bärenleder und eine Kochdrüse. Kochdrüse haben, glaube ich, Bombardierkäfer. Ich glaube, ja. Müssen wir noch Bombardier machen. So lange, bis eine Kochdrüse rauskommt. Und wir müssen zur Hecke. Hecke und Bombardier. Liegt eigentlich auf dem Weg dahin, ne? Liegt auf dem Weg. So, hier. Wozu brauchen wir den zweiten Marienkäferkopf nochmal? Warte mal, sieht man das nicht hier? Marienkäferkopf. Ah, die Insektenaxt. Die beiden wollte ich machen. Aber da haben wir jetzt zwei, ne? Ja. Fertig? Ach, wir fangen ja nach. Okay, also kann ich mir die Rüstung machen. Nee, wegen Bärenleder. Okay, also wir brauchen... In der nächsten Folge gehen wir Rinder und holen... ...Bärenleder. Ja. Das wird unser nächster sein. Das ist wichtig. Grub, grub. Blablab. Perfekt. Vielleicht auch noch ein bisschen Blätter, aber die kann man ja hier vorne holen. Auf dem Weg zur Häcke könnten wir da auch nochmal... ...die eine... ...ähm... ...Wolfsspinne mitmachen. Sofern sie die nicht verändert haben. Sofern sie diese nicht verändert haben. ...ähm... ...ähm... ...lohnt eigentlich jetzt nicht zu trinken. Hm. Boah, das ist eine Schlange. At least it's clean. Ish. Ich hab zu wenig Leben. Ich würde jetzt gerne noch versuchen. Ich würde jetzt gerne noch versuchen. Oder wollen wir die Wollspinne hier nochmal versuchen? Wie viele Pfeile hab ich noch? Hm. 106. Wir hatten mal 100 in die 40, ne? Entweder die Spinne oder die... ...oder... ...ne andere. Ja, die anderen gehen relativ leicht. Da oben ist einer. Die haben nicht viele Pfeile gebraucht. Warte mal, ich geh mal hier hoch. Da sehen wir ja auch die andere. Warte mal kurz. Geht nicht so einfach. Verdammt. 100 beide. Der hat einen kleinen Hänger, glaube ich. Aber mit dem Bogen macht man ein kleines bisschen mehr Schaden, glaube ich, oder? Oder bilde ich mir das ein? Man müsste halt auch treffen. Sie spackt manchmal ein bisschen rum, weil... ...weil sie nicht checkt. Ja. Sie checkt manchmal nicht wirklich, dass sie angegriffen wird. Deswegen hängt sie manchmal ein bisschen. Jetzt ist sie wieder weg. Und hat bestimmt wieder volles Leben. Warte mal. Mach mal hier rein. Die andere ist auch weg. Ja. Das ist... Weh, die kommt jetzt hier hoch. Sag dich, schrei. Stellst du dich weiter unten hin? Da, wo sie letztens war, nur ich. Kommt da jetzt nicht mehr so hin? Du Older. Das schreckt mich jetzt so. Die kommen dann mit den roten Augen hergeschossen. Ich glaube, bei dir rum wird's. Die ist mir viel zu nah, wenn ich hier unten bin. Ich meine, ich habe ja nicht vorher... ...der Spinne selber irgendwie... ...ding, aber... ...den Ton, den sie abgibt... ...das ist so... ...woah. Vor allem ist die halt jetzt auch wieder voll, ne? Ich müsste dranbleiben. Ich müsste da vorne mal zubauen vielleicht. Ah, jetzt baut sie zu. Das ist gut. Nehme ich. Also die andere Spinne kann ruhig da bleiben. Hey, du sollst auch da bleiben. Die baut da eine Barrikade. Nett mich netzen, hör auf. Hör auf. Ich muss gleich Pfeile holen. Kann die Radnetzspinne eigentlich die Wolfsspinne so einbauen, dass sie im Netz hängen bleibt? Verdammt. Verdammt. Die macht da unten alles voller Netze. No, komm zurück. Das Ding ist, wenn ich meine ganzen Pfeile verdonne... ...und wenn die ständig... ...und wenn die immer... ...wegläuft dann... ...und die ist zu lange weg... ...dann heilt sie wieder. Meine Pfeile sind aber trotzdem weg. Ich meine, ich kriege sie dann irgendwann schon wieder vermutlich... ...wenn die mal hier weg sind. Ähm... Aber ich muss dann erst wieder welche machen... ...damit ich die töten kann. Damit ich da hinkomme. Und die Haltbarkeit meines Bogens. Nein! Jetzt zum Beispiel. Das ist halt nicht so. Oh, ich hab die gleich. Bitte bleib da. Jetzt, Netz. Komm, komm, komm. Hör auf damit. Bitte, 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 bitte. Netz. Ein Schuss. Von mir aus. Töte mich jetzt auch. Oh. Die hätte mich jetzt bekommen. Die hätte mich bekommen. Die hätte mich hier bekommen. Aber ich wusste, dass es nur noch ein Schuss ist, deswegen bin ich jetzt hin. Oh. Ey, guck mal, was die gemacht hat. Voll lauter Wut. Ist die andere jetzt noch da unten? Würde die andere jetzt noch wegmachen. Da reichen meine Pfeile. Bist das du? Ich weiß halt nicht. Hallo? Was die hier veranstaltet hat, da unten. Da wollen wir erst schlafen und hoffen, dass die Wolfsspinne nicht nachbohren. Warum denn mich hier unten hergelaufen, hm? Das ist halt nass. Ich meine, okay, zur Not sterbe ich halt jetzt nochmal, aber auf jeden Fall haben wir die eine. Und solange mich keine Wolfsspinne tötet, ist alles gut. Ich hab halt vor dem Geräusch immer voll. Ey, was die hier gemacht hat. Ist halt keine Ausdauer, ne? Aber ich hör sie schon wieder. Ich hör die andere. Mein bisschen könnte ich mit der vielleicht blocken. Das wär kein Thema. Okay, jetzt häng ich komplett dran. Jetzt muss ich halt gucken. Und das, weil ich Durst hab, geht es so langsam hoch. Und verbrauchst wahnsinnig viel Ausdauer. Wenn du mit dem schlägst. Zwei Schläge und das war's eigentlich. Und ich will jetzt nicht länger warten. Das ist hier creepy. Hat die da unten alles voll gemacht? Glaub's nicht. Ich muss warten. Stell dir mal vor, die würde respawnen, während ich hier bin. Würde sterben. Also. Im doppelten Sinne. Würde instant sterben. Und mein Herz würde sterben. Was da oben mache ich jetzt nicht weg. Da komme ich nicht hin. Aber die Wollspinne, die hätte mich auf jeden Fall bekommen bei dem letzten Ding jetzt. Die hätte mich auf jeden Fall bekommen, wenn ich sie nicht schon so weit gehabt hätte. Na, ich dachte, ich komme da oben drauf. Ich will jetzt erstmal schlafen. Oh. Ei. Ei, 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 ich kann immer. Dann hätten wir uns beide gegenseitig umgebracht. Im gleichen Moment. So, ich will schlafen. Ich muss schlafen. Oh, ich hör was. Äh, war das bei mir hier? War die so nah bei mir gerade? Bring ins Wasser. Ich sag's dir. Es hört sich immer so nah bei mir an. Nee. War nicht bei mir. Äh, was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Weiß das jemand? Okay, wir können da wieder Spinnenseile reinmachen. Ich geh jetzt aber auf fünf, aber ich hätte zwei bauen sollen. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, was die kosten. In die Seile, jetzt hab ich die schon reingelegt. Da oben. Alles klar. Wenn wir wollten, kann ich jetzt schon was bauen? Oder hat noch Bärleder gefehlt? Ich weiß schon gar nicht mehr, vor lauter... Hier, die da. Herstellen. Der ist ja schön, dann haben wir wenigstens mal das. Sehr geil. Die Axt. Die Axt. Die Axt. Baue ich kurz mal hier rein. Warte mal, lass mich mal kurz sortieren. Äh, warte. Die kommt hier rein. Den Kolb machst du in der Hand gerade. Das kommt hier her. Äh, 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 äh. Das da. Das da. Das da. Von mir aus kannst du den zweiten auch noch mit dahin machen. So. Raufel. Raufel. File. 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 Rackle. Grab, grab, grab. Das kannst du hier mit rein machen, wenn es reinpasst. Exakt. 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 Ähm. Der geht voll schnell kaputt, ne? Aber du kannst die jetzt halt auch irgendwie upgraden. Jetzt muss ich noch gucken, wie das funktioniert. Hm. I eat this normally. Und hier ist unser Wasser. Und dann haben wir es doch. Dann haben wir das doch. Dann müssen wir jetzt nur noch ein paar Spinnis erledigen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge haben wir ja gesagt, ähm, würde ich... Hier hinten ist die Hecke, wo wir Bärenleder bekommen. Und hier sind auch Bombardierkäfer. Dann würde ich eventuell hinlaufen. Nur ich weiß noch nicht, welchen Weg. Eventuell. Eventuell. Ich meine, hier ist ja auch einer. Oder wir laufen hier vorbei, machen den, laufen dann hier rüber. Da können wir ein paar Milben machen und laufen dann hierher. Obwohl Milben können wir auch... War der kaputte Laser, war das der hier? Da gibt's Quazit in der Höhle. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich vergesse ich wieder die Hälfte, während ich hier... So, ich mach... Na, mal gucken. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder mit dem Zeug, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich nicht irgendwas vergesse oder so. Auf jeden Fall bis dahin. Macht's gut. War das gut gerade ein bisschen leise? Mein Hals war gerade... Meine Stimme wollte nicht mehr... Also dann, macht's gut. Ciao.